ich bin heute bei tieren bei so anlagen bei so tieren und da gibt es einen schönen fassaden wie ihr seht hier man gibt es hier so richtig schöne bielefelder hier bin bei einem freund oder besser gesagt nicht bei einem freund ich bin auf einem kleintiermarkt oder einem haundhofen da bin ich hinten an die zuchtanlagen und ja jetzt film ich da ein wenig was weil ich weiß nicht innen glaube ich da gibt es auch nicht so viel zu sehen und da darf ich auch nicht filmen aber hier ist so schöne bielefelder hähne so der ring was ist mit ihr passiert die anlage das waren diese stelle mag ich so schön wie ich die finde da drüben sind dann auch schöne henner zwerge wie ihr seht auch so richtig schöne zwerg dinger und die sind schreckhaft schreckhaft oder kommt da hahn sehr schön dann sind da auch enden wie ihr hört überall da sind dann ein paar enden die kann ich auch mal zeigen wenn ihr das seht ach so schön gehen wir weiter laufen wir mal ein wenig durch schauen wir mal da gibt es hier so da gibt es auch noch mal enten dahin falls ihr seht da dann sind dort gänze man sieht sie nicht oder da sind gänze die sind auch schön aber nicht so meins also für dieses jahr habe ich ja kein ganz hatte dann hier auch hühner die sich ein wenig verstecken da ich weiß nicht was das für eine raste ist da vorne ist eine ja da ist jetzt nichts drin leider ja hier sind auch wieder entlein drin das kann ich auch mal zeigen in dieser anlage hier sind kleine zwerg enden das sieht alles sich aus verschiedenste zwerg enden hi hi geil lustig das sind auch noch mal zwerg enden das sind auch schöne enden da die fallen mir also die würde ich mir auch mal holen da diese hier wie ihr vielleicht seht die würde ich mir auch irgendwann mal zulegen wollen irgendwann mal dann gehen wir noch mal weiter ja sorry fürs licht das blendet aber ich weiß das blendet aber schauen wir trotzdem mal durch was es so gibt das ist jetzt blöd mit dem gitter aber das sieht man jetzt schlecht das kann ich euch nicht zeigen da waren sind so schöne vorweg auch drin ist jetzt schwierig mit dem gitter weil dass der zaun und das gitter im weg das ist auch hohes brennessel dessen hast schöne tiere da falls ihr seht diesen nachricht die scheder ich weiß nicht was das ist kann ich nicht sagen was das ist aber das ist noch schöne hähne ja da sind schöne brahmer das sind ja die wo ich auch habe nur in glaube ich in zwergform ich habe ja dahinter hahn ist ein hahn wo ich auch habe in zwergform jetzt verschiedene hennen dazu da kann hier ist nicht dann sind hier auch noch mal gänze da drüben wie ihr seht das schwarze weiß ich nicht was das sind irgendwelche komischen asiatische hühner die sind auch schön wie ihr vielleicht seht hier so so Oh, 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 oh.